Himmel und Erde freuen sich, der Herr, der weinst um Abendmahl, vereinigt er des Menschenherrs von einer Not und Sündenqual. So wächt er unsere Sünden ab und macht vom Schmutz der Welt uns rein, so löst er unsere Fesseln auf und gibt uns armen Hoffnung ein. Die Vater, Sohn und Heil im Geist, sei Lob und Ehre dagebracht, denn Christus hat den Tod besiegt, sein Sterben hat uns freigemacht. Amen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm, Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm, Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm, Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Ihr auf Usch erwidert die Füße und sprach, Versteht ihr, was ich euch getan? Ich, Herr, Herr und Meister, Ein Beispiel hab ich euch gegeben, Damit auch ihr zu tun. Gott sei uns gnädig und segne uns, Er lasse über uns sein Antritt leuchten. Unsere Schad, Hürden wollen wir und lieben Christus, Mach unsere Herzen rein für deinen heiligen Dienst Und lass die Brüderlieben unserer Gemeinschaft wachsen. Darum bitten wir dich durch ihn, Christus, unseren Herrn, der mit dir lebt Und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen Gehört hin in Frieden, Dank sei Gott dem Herrn Jan you 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 Vielen Dank.